Musik Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen beim Report Ruhes Haus. Warum ist das politische Klima der Trau und ist die Gesellschaft ähnlich polarisiert? Darüber diskutieren live im Studio die Social-Media-Expertin Ingrid Brodnig und der Sozial- und Wahlforscher Christoph Hofinger. Sobotkas Schlusstakt. Wer könnte nach der Wahl im Herbst an der Spitze des Parlaments folgen? Und Freistaat Südtirol. Warum sich manche Südtiroler mehr Eigenständigkeit wünschen? Guten Abend, meine Damen und Herren. Zuspitzung gehört ja zur Politik. Aber wann ist es zu viel? Nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, vielleicht auch Sie zu Hause, beklagen das immer rauere politische Klima. Selbst Politikerinnen und Politiker aller Parteien, freilich mit Blick auf den anderen, beklagen das. Liegt es an den sozialen Medien? Und ist der Umgang miteinander im Parlament tatsächlich verroter geworden? Dazu sehen wir uns gleich die Zahlen, die Fakten an, die meine Kollegen Jürgen Klatz und Miriam Ressi zusammengetragen haben. Und die beiden gehen auch der Frage nach, die sich in diesem Jahr förmlich aufdrängt. Ist die Stimmung in der Bevölkerung ähnlich polarisiert? Die Gesellschaft gar gespalten? Ein Reality-Check. Lokalaugenschein in Deutsch-Wagramm in Niederösterreich. Rund 9000 Einwohnerinnen und Einwohner zählt die Stadtgemeinde, 45 Autominuten von Wien. Wie vielerorts in Österreich bildeten sich auch hier im Zuge der Präsidentschaftswahl 2016 zwei Lager. Wir treffen Werner Czermak und Reinhard Paceka. Während sich der Ex-FPÖ-Politiker im Wahlkampf für Norbert Hofer stark machte, unterstützte der Unternehmer Alexander Van der Bellen. Acht Jahre sind mittlerweile vergangen, trotzdem war es schwierig, die zwei an einen Tisch zu bekommen. Wie blicken Sie heute auf die damalige Auseinandersetzung? Wir sind das erste Mal auf leichten Konfrontationskurs gewesen. Wir auf seinen Neubau in Deutsch-Wagramm am Bahnhof hat er ein riesiges Plakat präsentiert, also außen, Refugees Welcome. Und da hatten wir die erste Auseinandersetzung. Also dieser Wahlkampf hat extrem polarisiert und dadurch sind halt emotionale Wirkungen aufgetreten, die eben, ja, dann teilweise eben vielleicht sogar manchmal eskaliert sind. Ich fand es zum Teil schon auf beiden Seiten relativ hart und bei mir war es dann auch persönlich so, dass dann irgendwann meine Frau angegriffen worden ist. Und das hat bei mir sozusagen, bei uns familienintern zu größeren Problemen geführt und da haben wir uns dann auch ein bisschen zurückgezogen und so, also das war schon hart. Wie selten zuvor bei einer Wahl war die Bevölkerung so klar in zwei Lager gespalten. Links Van der Bellen, rechts Norbert Hofer. Markus Wagner forscht an der Universität Wien zum Thema Polarisierung. Warum wurde gerade jener Wahlkampf derart emotional geführt? Man sieht eigentlich immer, wenn es zwei klare Optionen gibt, wenn es zwei Lager gibt, wenn sich diese Lager ausbilden, dass es dann viel stärker in die Gesellschaft auch reinspielt, diese Polarisierung, Politisierung. Also daher, weil dieser Präsenzschutzwahlkampf ein Ideal dafür geeignet, sozusagen, dass die politische Polarisierung dann wirklich auch in die Gesellschaft übertragen wird. Bekannt für derbe Sprüche über die politische Konkurrenz sind Aschermittwochsreden. Durchaus grob kann es aber auch in den Nationalratsdebatten werden. Ich erteile den Abgeordneten Lopatzka für den verlängerten Arm des Kriegsverbrechers Katirow einen Ordnungsruf. Die ÖVP ist ein machtversessener Haufen. Die Grünen wollen nichts anderes als die Schaffung des hirnkastrierten Untertans der selbsternahnten linken Eliten. Den Abgeordneten Kickl für den schäbigen Lüten. Und da sage ich nur Alfred Gusenbauer. Eine fette, dicke, rote Spinne. Das ist eine dicke, fette Spinne. Dem Abgeordneten Brandstätter für den Vergleich mit Hitler. Es ist ein Sauhaufen. Eine Sauerei. Es kotzt mich an. Ist die Politik verbal tatsächlich verroter geworden? 1996 wurden noch 14 Ordnungsrufe erteilt. Im Jahr 2050. Seit gut drei Jahren befindet sich der Wert auf hohem Niveau. Im Jahr 2021 wurden 48 Ordnungsrufe ausgesprochen. 2022 50, im vergangenen Jahr 43. Es gibt auf jeden Fall einen größeren Willen, den Gegner stärker anzugreifen. Und auch wirklich kontroverse anzugreifen. Und nicht nur vielleicht inhaltlich oder auf eine bestimmte kollegiale Art und Weise mit den Gegnern umzugehen. Mit den Gegnern umzugehen, sondern wirklich auch ein härterer Tonort anzunehmen. Das heißt, wenn die Eliten sehr hart miteinander umgehen, wenn sie sehr starke Gräben aufziehen, wenn sie sehr negativ übereinander sind, dann wirkt sich das auch darauf aus, wie Bürger und Bürgerinnen miteinander reden, wen sie ausschließen, wen sie reden wollen, ob das auch am Küchentisch eine Auswirkung hat. Besonders auf Social Media gehen die Wugen hoch. In Deutsch-Wagram duellierten sich die Anhängerinnen und Anhänger der jeweiligen Lager auf zwei Facebook-Seiten. Oft mit gegenseitigen Beleidigungen. Da kann man durch die Anonymität seine Emotionen ausleben. Dadurch kommen dann auch vielleicht, so wie du gesagt hast, relativ viele Postings zustande, die man vielleicht dann im Nachhinein gesehen bereut. Und dann sagt, entweder nehme ich es abe oder ich formuliere es irgendwie um. Wenn ich es jetzt mit dem Abstand liese, denke ich mir, eigentlich habe ich es anders gemeint oder eigentlich war es vielleicht nicht so gescheit formuliert. Da war dann auch sozusagen die Differenz zwischen persönlichen Gesprächen und dem, was geschrieben wurde. Ich bin auch, scheiße, der hat das auch nicht so gemeint. Also ich habe das total ernst genommen. Das kann nur anders gemeint gewesen sein. Der kann das nicht so gemeint haben, weil ich die Leute zum Teil persönlich kenne und du triffst das dann auf der Gassen und das ist wie ein anderer Mensch. Und ich glaube auch, dass wir, ich sage immer, das sind die Facebook-Hooligans. Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass wir das, also wir sind ja auch keine digitalen Natives und ich glaube, dass wir alle oder viele da schauen, ob wir eine Lernkurve auch hinter uns haben. Ja, die Kommunikation, wie gesagt, Auge in Auge, haben diese Social Medien teilweise zerstört. Das persönliche Gespräch wird nicht mehr so gesucht wie eben vor Erfindung der Social Medien. Auf jeden Fall. So wie der Report hier in Deutsch-Wagramm, hat es sich auch das Team des Standard zum Ziel gesetzt, Menschen mit gegensätzlichen Meinungen an einen Tisch zu bringen. Seit 2018 organisiert die Tageszeitung das Projekt Österreich spricht, mittlerweile unter dem Titel Europa spricht. Das Gespräch von Angesicht zu Angesicht hätte viele Vorteile, sagt Petra Stüber vom Standard. Sobald Menschen in einem analogen Raum aufeinandertreffen, einander in die Augen schauen, einander gegenüber sitzen, verlaufen Diskussionen, eigentlich ganz anders, sehr zivilisiert, wertschätzend, respektvoll dem anderen und seiner Meinung gegenüber. Am Ende hat man sich in den allermeisten Fällen darauf geeinigt, we agree to disagree, aber das ist ja auch in Ordnung. In der Politik zählt hingegen die scharfe Rhetorik. Donald Trump hätte das 2016 vorgemacht, sagt der Experte. Das hat, glaube ich, auch etablierten Parteien gezeigt, wir können auch ein bisschen rauer sein. Die Wähler, Wählerinnen wollen gar nicht, dass wir so brav sind, die wollen vielleicht auch die Zuspitzung, die nehmen uns das gar nicht übel. In Österreich steht der Intensivwahlkampf erst bevor. Sollten Politikerinnen und Politiker mit ihrer Sprache verantwortungsvoller umgehen? Ja, selbstverständlich müsste es hier eine Vorbildfunktion geben. Und ich denke, wenn man sich gerade im anlaufenden Wahlkampf da vielleicht verständigen könnte, dass man gewisse Limits nicht unterschreitet oder sich zumindest sehr darum bemüht, dann wäre das auf keinen Fall verkehrt. Zurück nach Deutsch-Wagramm. Was hat die Aussprache am Sportplatz bewirkt? Es reicht, wenn man weiß, okay, also das passt irgendwie. Also man hat irgendwie, man hat eigentlich eine, man hat vielleicht gemacht, man hat die Dinge, die man gemacht hat, aus einer eigentlich guten Überzeugung oder aus dem Wunsch, irgendwas besser zu machen. Und man hat irgendwie, ehrlicherweise muss ich jetzt sagen, wieder irgendwie so einen respektvollen Umgang. Und wie fühlt es sich dann an, wenn man so auf der Straße trifft, dann hätte ich jetzt ein viel besseres Gefühl als vor zwei Stunden. Auch mal jetzt unbedingt auf ein Bier gehen miteinander, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, ich glaube, das, was ich extrem schön finden würde, ist, wenn man sich in so einer kleinen Stadt einfach gezielt trifft, um Dinge auch zu diskutieren und auch sich mit ein bisschen mehr gemeinsamen Lösungen überlegt und so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ich sehe es ähnlich. Also wir haben uns in Deutsch-Wagram jedes Öfteren getroffen, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass wir aufeinander zugehen, uns die Hände schütteln und sagen, wie geht's da, was machst du jetzt, bist du jetzt schon in Wien oder ein bisschen Smalltalk, wie wir sie nicht machen. Und ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und wenn man vielleicht beim Heiligen sich einmal trifft, dann... Auch das geht immer. Genau. Das Beispiel aus Deutsch-Wagram zeigt einmal mehr, beim Reden kommen die Leute zusammen. Genau, beim Reden kommen die Leute zusammen und genau das wollen wir jetzt tun und wissen, was braucht es trotz Wahlkampf und aller inhaltlichen Differenzen, damit es spätestens nach dem Wahltag eine Gesprächsbasis gibt. Und ist die Gesellschaft ähnlich polarisiert, wie es derzeit in politischen Debatten zu hören ist? Dazu gibt es viele Studien und Umfragen, die wir jetzt live einordnen hier im Studio mit der Social-Media-Expertin Ingrid Bodnig. Danke fürs Kommen. Guten Tag. Und dem Sozial- und Wahlforscher Christoph Hufinger, der jährlich mit seinem Team den Demokratiemonitor verfasst. Ebenso danke fürs Kommen. Danke. Schönen Abend. Herr Hufinger, ich würde gerne bei Ihnen bleiben. Und zwar, wenn man sich jetzt das anhört, in Deutsch-Wagram, das klingt versöhnlich, mit Blick aber auf politische Debatten auch im Parlament. Was zeigen denn Ihre Erhebungen? Ist die Gesellschaft ähnlich polarisiert, die Stimmung oder gar gespalten? Also wenn wir uns die Medienberichterstattung ansehen, jetzt haben wir es auch gesehen im Parlament, die Debatten, dann entsteht oft der Eindruck, die Menschen sind unversöhnlich in Lager gespalten und bereit, sich einander zu attackieren. Und das passt aber dann überhaupt nicht mit den Befunden der Sozialforschung zusammen, wo wir sehen, dass es, also gibt es die Befunde in Deutschland oder den genannten Demokratiemonitor, den meine Kollegin Martina Zandonello und ihr Thema heben, dass die Menschen in Österreich noch sehr viele Konsensthemen haben, wo sie eigentlich in ihrer Meinung sehr deckungsgleich sind, ähnlich, also klassische Themen wie Wirtschafts- und Soziales. Es gibt auch sogar Themen, wo der Konsens gestiegen ist, Kleinkinderbetreuung, das war heftig umstritten, ob unter Dreijährige fremdbetreut werden unter Anführungszeichen, das ist jetzt ein Konsensthema. Ehe für alle, in vielen Ländern heftig umstritten, mittlerweile sehr große Mehrheiten dafür. Also es gibt sogar interessanterweise Themen, wo wir mehr Konsens haben als früher und das passt eben gar nicht zusammen mit diesen vielen erlebten Streitereien in Social Media und in den klassischen Medien. Fühlt sich manchmal im digitalen Alltag eben anders an, aber ein Thema, das gesellschaftspolitisch sowas wie ein Spaltvirus war, also vor allem politisch, das war Corona. Wie sehr wirkt denn das noch nach? Corona war für eine Minderheit sehr belastend, also natürlich auch Impfgegner und Gegnerinnen, die sich dann sehr ausgeschlossen gefühlt haben in einer späten Phase der Pandemie. Ursprünglich war es ein Einigungsthema, es hat die Gesellschaft zusammengebracht. Es ist so, dass die Mehrheit der Bevölkerung jetzt Corona hinter sich gelassen hat, aber für einen kleinen Teil gibt es bis zu einem gewissen Grad ein politisches Trauma dort. Wenn Sie sagen, Ihr Befund, Ihre Daten, sagen, so gespalten ist die Gesellschaft gar nicht, weder in Österreich noch in Deutschland, dann lassen Sie hier Parallelen ziehen. Wie passt das dann zusammen, dass es mit Blick nach Deutschland, aber auch aktuell nach Frankreich, tatsächlich Übergriffe auf Politikerinnen und Politiker gibt, also Gewalt? Wie passt das zusammen? Was wir schon festgestellt haben, auch in den gleichen Studien, ist, dass die Zufriedenheit, wie die Demokratie funktioniert, nicht sehr hoch ist. Also die ist stark zurückgegangen. Und vor allem in den vergangenen zwei Jahren haben wir was erlebt, dass etwas, was früher eine ganz kleine Minderheit war, die sogenannten Wutbürger und Wutbürgerinnen, dass das bei manchen Themen jetzt die Hälfte der Bevölkerung ist. Das heißt nicht, dass die jetzt alles kurz und klein schlagen wollen, aber bei bestimmten Themen, vor allem der Teuerung, zu 50 Prozent angeben, da ist meine Hauptemotion der Zorn. Und so etwas hat es vor drei Jahren überhaupt nicht gegeben. Selbst Migration hat bei maximal 20 Prozent als Hauptemotion die Wut erzeugt. Und das ist schon etwas, mit dem wir uns beschäftigen müssen, dass mehr und mehr in der Bevölkerung verärgert sind über geringe Wertschätzung oder auch mangelnde Zukunftsaussichten. Aufgrund der Politik, wie sie derzeit abläuft? Aufgrund globaler Herausforderungen, Krieg, Teuerung, Energiekrise, die Pandemie etc. Und auch eine gewisse Verzweiflung manchmal oder auch Pessimismus, dass wir Lösungen dafür finden werden. Bleiben wir noch, aber bevor wir zu den Lösungen kommen, bei Zorn und bei Wut. Frau Brodnig, Sie haben gerade ein neues Buch geschrieben, nämlich wieder die Verrohung und unbestritten Zorn und Wut. Ganz viel davon gibt es in den sozialen Medien. Im digitalen Alter gehört Hassrede, aber auch Schiznorms dazu. Hat demzufolge Social Media das politische Gespräch zerstört? Es macht das Gespräch oft schwieriger. Das hat zwei Gründe. Das erste ist, wir sehen in einigen Untersuchungen, dass Wut eine stark aktivierende Emotion ist. Wer wutsehende Sprache benutzt, hat oft eine höhere Anzahl an Shares zum Beispiel. Und das begünstigt natürlich solche erhitzten Debatten. Das zweite ist, wir lesen online mit und denken oft, Wahnsinn, so denken die Leute. Ich muss aber warnen, was sie online lesen, das ist nicht das Volk oder der Durchschnitt der Bevölkerung. Ich gebe nur eine Zahl aus 2017, weil da haben wir noch Daten. Da war es so, dass Mocant.at, eine Online-Plattform, die hat bei 40 Facebook-Seiten aus Politik und Medien 2,9 Millionen User-Kommentare gesammelt im Wahlkampf. 2,9 Millionen User-Kommentare und die Hälfte davon haben rund 8.900 Leute verfasst. Stellen Sie sich das vor, die Hälfte der politischen Debatte, die da erfasst wurde, wurde von 8.900 Leuten geschrieben. Das heißt, sie sehen online eine Minderheit und es gibt viel Grund zum Verdacht, dass die, die online posten, eher die Überzeugten, vielleicht auch die Selbstpolarisierten sind. Man kann hier auch von einer false polarization sprechen, einem falschen Eindruck einer Polarisierung, dass wir online glauben, die Welt ist viel düsterer und gespaltener, als sie ist. Kann man das so zusammenfassen? Es ist ein, die wenigen sind laut und vielleicht roh, aber dann gibt es die Mehrheit, die vielleicht schweigt und überhaupt nicht so ist und denkt. Genau, ehrlich gesagt, es ist ja kurios, ich beschäftige mich viel mit Social Media und ein Tipp von mir ist immer, geht raus und redet mit Leuten. Selbst wenn da Leute die Welt anders sehen, man hat oft das extremste Beispiel der anderen Seite vor Augen, die, die man online posten sieht. Und wenn ich da mit den anderen rede, merke ich, viele sind aber nicht die extremste Form des anderen Lagers. Das heißt, dieses persönliche Gespräch, das bringt was. Dazu gibt es Untersuchungen in den USA. Matthew Lewandowski, Politologe, der hat republikanische WählerInnen, demokratische WählerInnen diskutieren lassen. Und wenn die mit den anderen gesprochen, offline, von Angesicht zu Angesicht, haben sich einige der negativen Einstellungen verringert. Das heißt, dieser menschliche Austausch, auch in Untersuchungen, der wirkt positiv, wenn keine Beleidigungen fallen. Aber wie passt das dann zusammen, nehmen wir ein sehr prominentes Beispiel, Donald Trump beweist, dass die Grenzverschiebung erfolgt, nämlich das Sagbaren, was vor ein paar Jahren noch nicht sagbar war und genießt ein paar Jahre, ein paar Jahre, pardon, natürlich sind es Monate, vor der Wahlinie in den USA hohe Zustimmung. Wie passt das zusammen? Das ist ganz wichtig. Donald Trump ist bekannt dafür, dass er rhetorische Tricks nutzt, die es schwerer machen, aufeinander zuzugehen. Ich gebe ein Beispiel. Er nutzt zum Beispiel oft Ad hominem Attacken. Das sind Beleidigungen gegen Andersdenkende, gegen politische Gegner, GegnerInnen, die dann als korrupt, als faul, als verschlafen dargestellt werden. Und einerseits kriegt er Aufmerksamkeit, wenn er so herumpoltert. Das Zweite ist aber, indem er die Glaubwürdigkeit und die Ehrlichkeit der anderen attackiert, sagt er seinem Lager, ihr müsst ihnen nicht zuhören. Und damit verschließen dann die Fans von Donald Trump die Ohren, weil sie von vornherein denken, die belügen mich ja nur. Wenn das funktioniert, Herr Hofinger, Sie machen ja viele Vorwahltagsbefragungen, auch Nachwahltagsbefragungen. Wollen Wählerinnen und Wähler vor allem im Wahlkampf Zuspitzung? Ja, ich glaube, da sind die Wählerinnen und Wähler gespalten. Also wenn wir fragen, ist Negativ-Campaigning okay, dann sagt die große Mehrheit, ja, das wollen wir eigentlich nicht. Umgekehrt ist es so, dass wenn eine Partei oder ein Kandidat schlecht über die anderen redet, dass dann die Menschen die Ohren spitzen und das dann doch interessant finden. Und bis zu einem gewissen Grad ist es auch notwendig, in einem Wahlkampf die Kontraste sichtbar zu machen. Also wenn es nur ein Einheitsangebot gäbe und eine Partei sagen würde, sind eh alle gut, dann hätten wir wahrscheinlich eine Wahlbeteiligung, die viel geringer ist. Also die Unterschiede sichtbar zu machen, ist wichtig. Es ist auch wichtig, Emotionen zu liefern im Wahlkampf. Wir können ohne Emotionen keine Wahlentscheidung auch treffen. Die Frage ist auch des Ausmaßes und wirkt es über die Wahl hinaus. Es gibt diesen berühmten Saga von der fokussierten Unintelligenz während Wahlkampfzeiten. Michael Häupl. Genau, und das ist also, hat sich dann Selbstläufer geworden. Und viele sagen, aha, die Unintelligenz, also die Emotion vielleicht. Aber das Schöne an dem ist, dass es fokussiert ist, am Wahlkampf bleibt. Wo ich schon Tendenzen sehe, ist, dass es jetzt über einen Wahltermin hinaus dann eine permanente Emotionalisierung im politischen System gibt. Und da brauchen wir auch Gegenmechanismen. Ich sage ein Beispiel, eine Verwaltung, die zum Beispiel nicht durchpolitisiert ist. Und wo in den Sektionen oder überall in der Verwaltung dann auch noch parteipolitisch weiter agitiert wird, als wäre noch ein Wahlkampf. Das heißt, wir brauchen das, was vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist, in die Beruhigungsphasen und Deeskalationsphasen, wenn einmal die Wahl vorbei ist. Da wollen wir durchaus selbstkritisch sein, Frau Brodnig, auch im Journalismus. Es geht natürlich manchmal um Zuspitzung und es geht um die nächste Schlagzeile. Wie sehr befeuern sich da gegenseitig soziale Medien, etablierte Medien und die Politik? Es gibt da auch das Problem, dass natürlich Medien ökonomisch unter enormem Druck stehen, dass es oft darum geht, möglichst viel Reichweite zu erzeugen. Und wenn der Mechanismus ist, eine Aussage, die Wut auslöst, wird viel geklickt, ist die Gefahr einer Verlockung im Journalismus, dass der, der poltert, auch heftig austeilt, umso mehr Reichweite bekommt. Und ich gebe nur ein Beispiel. Schon 2015 sah die Kommunikationswissenschaftlerin Sina Blasnik mit Kollegen und Kolleginnen, dass sich populistische Rhetorik einerseits auf Social Media rentiert, weil die kriegt dort positives Feedback. Aber sie sahen noch was Zweites. Die Sachen, die auf Twitter damals zum Beispiel gepostet wurden, landeten dann häufig im etablierten Journalismus. Also es wäre viel zu einfach zu sagen, die Social Media Kanäle sind schuld. Medien sehen oft, das geht gut auf Social Media und geben dann eins zu eins weiter eine Plattform. Ich glaube, man muss gewisse Tabubrüche ansprechen, aber eben auch einordnen. Also nicht nur für den schnellen Klick, sondern auch, dass Leute verstehen, warum das zum Beispiel problematisch ist oder was da mitschwingt. Jetzt geht es um Abgrenzung. Sie haben uns das schon erzählt, nämlich um die eigene Position als Partei zu schärfen und sich zu unterscheiden von anderen Parteien mit den Positionen. Wenn Sie aber auf Wählerinnen und Wähler und ihre Daten schauen, ist das vielleicht in der Realität nicht vielschichtiger. Gibt es ja Menschen, zum Beispiel ich kenne jemanden, der hält die Heimat hoch, ist für Naturschutz und Klimaschutz gleichzeitig, aber auch wenn es um Heimat geht, für Werte. Eine strikte Zuwanderung, eine strenge Integrationspolitik. Wenn man sich das jetzt im Parteien-Spektrum anschaut, wäre das Grün und FPÖ, das geht nicht zusammen. Ist das unauflösbar politisch? Es ist so, wenn wir es in reine Leere auflösen wollen und dann immer die Extreme haben, der Bundespräsidenten Wahlkampf war ja jetzt typischerweise auch in dem Beitrag genannt. Wobei damals auch spannend war, dass beide Kandidaten schon versucht haben, die politische Mitte zu erreichen. Und die politische Mitte ist keine eigene Ideologie, sondern da gibt es sehr viele Menschen, die, wie die Beispiele, die Sie genannt haben, innerlich zwei Herzen in ihrer Brust haben, ein bisschen im Wigelwagel sind. Die sagen uns in einer Umfrage dann oft widersprüchliche Dinge. Die sagen, wir brauchen ein empathisches Herangehen und eine Aufnahme für Flüchtlinge. Wir sagen gleichzeitig im gleichen Interview auch, die Grenzen sollen dicht sein. Das sind emotionale Realitäten. Und diese nicht glasklar sich entschieden habenden Menschen in der Mitte, die sind eigentlich eine schöne Ressource für ein politisches System, weil die ja eigentlich beide Seiten verstehen. Die können auch in einer Diskussion, wo vielleicht zwei Hitzköpfe sind, dann auch vermitteln. Die sind eigentlich etwas, was in Amerika zum Beispiel jetzt fast verloren gegangen sind. Dort hat sich das System nicht erst seit Trump, seit rund 25 Jahren so aussortiert, dass die auch übereinander gar nichts mehr Gutes sagen, die Republikaner und die Demokraten. Und das ist der Punkt, den wir vermeiden müssen. So werden wir die USA und diese Menschen, die ein bisschen eine Zerrissenheit haben, eine produktive Zerrissenheit eigentlich behalten und im System eigentlich wertschätzen. Also in den USA wäre das dann, wenn aus Konkurrenten quasi Feinde, Unversöhnliche werden. Und wo die Feinde dämonisiert werden, das passiert, ganz stark kriminalisiert werden. Also das hat Trump begonnen, aber das geht dann teilweise in beide Richtungen auch. Natürlich, aber jetzt hat er auch Material geliefert. Und der Schritt gemacht wird, zu sagen, die haben gar keine Legitimität mehr, die von der anderen Seite. Und da wird es für Demokratie dann schwierig. Jetzt würde ich gerne als Positivbeispiel noch einmal zu den beiden Herren in Deutsch-Wagramm zurückkommen. Es gibt ja nicht nur für Parteien, sondern auch für Wählerinnen und Wähler jetzt den Intensivwahlkampf und dann den Tag nach der Wahl. Wie kann da trotz aller Unterschiedlichkeiten eine Gesprächsbasis intakt bleiben? Ich finde das sehr schön, dass manchmal man merkt, dass Leute, auch wenn ein bisschen Zeit verstreicht, dass sie dann auch wieder leichter ins Gespräch kommen. Und ich habe mir jetzt auch für mein Buch sehr viele Positivbeispiele angeschaut. Und ich habe so gelernt, es hilft die Vielschichtigkeit von Menschen, auch die Empathie zu anderen Menschen zu haben. Eine Studie aus Stanford, die hat zum Beispiel gesehen, wenn Menschen diskutieren sollen und ihnen wird der Nutzen, der Wert von Empathie vermittelt, als auch der Empathie mit Andersdenkenden, dann sind ihre Botschaften überzeugender. Weil die ändern nicht ihre Positionen, aber sie betonen im Reden mehr die Gemeinsamkeiten und sie machen eine Perspektivenübernahme. Das heißt, sie sagen, ich verstehe aus deiner Position kommend das und das, meine Situation ist die und die. Und das war zu 98 Prozent eher empathisch und auch zu zwei Drittel eher wurde es als überzeugend eingestuft. Worauf ich hinaus will ist, nach dem Wahltag miteinander reden, aber durchaus sich auch in den Kopf der anderen reinversetzen, weil man tatsächlich auch ein bisschen mehr bewirkt. Man muss seine Position nicht ändern, aber man kann wieder ein paar Brücken aufrichten. Das, Herr Hufingen, abschließend ist auch die große Kunst für alle Parteien nach dem Wahltag. Da geht es um Mehrheiten, wer mit wem regiert und Koalitionen findet. Wie könnte da eine Gesprächsbasis trotz aller Unterschiedlichkeiten im Wahlkampf intakt bleiben? Das Spannende ist, dass die Parteien ja eine Gesprächsbasis haben und dann in der Öffentlichkeit oft viel polarisierter agieren, um eben auch zu mobilisieren und zu überzeugen. Während sie dann, wenn es darum geht, wirklich zur Einigung zu kommen im Ministerrat, auch im Parlament, ja durchaus eine intakte Gesprächskunde. Das, was wir nicht machen können, ist unsere Demokratie unter einen Glassturz stellen und nostalgisch sein und zu sagen, früher war es besser, war es nicht in jedem Aspekt. Und in Zeiten, wo Menschen jetzt zur Polarisierung vielleicht verführt werden könnten, da gibt es ja Polarisierungsunternehmer, die das schon auch zu ihrem Geschäft machen, politischen Geschäft oder wirtschaftlichen Geschäft, neue Instrumente integrieren ins politische System, wie zum Beispiel Bürgerinnenräte, wo genau das passiert, was Ingrid Bodnik jetzt auch beschrieben hat, dass Menschen aufeinander zugehen und Lösungen finden. Und ich glaube, wenn die Parteien da für manche Bereiche ein bisschen loslassen, Entscheidungen auslagern und dann wieder an das Parteiensystem zurückspeisen können, dann können wir auch diese Polarisierungsspiralen durchbrechen. Kurzum, direkte Demokratie mehr davon. Also neue Instrumente wie Bürgerräte und sicher auch direkte Demokratieabstimmungen, da braucht man natürlich eine Kultur, die man dazu entwickeln muss, aber weiterentwickeln ist das Zauberwort für die Demokratie. Dann sage ich danke für die Einschätzung, Frau Bodnik und Herr Hofinger. Gerne. Ja und mit Blick auf den Herbst stellt sich natürlich noch die eine Frage. Wer wird stimmenstärkste Partei bei der Nationalratswahl und in Folge, wer wird dann miteinander regieren? Letzteres also, wie die nächste Regierung aussieht, das wissen wir vielleicht erst Wochen, gar Monate nach der Wahl. Eines ist jedoch jetzt schon fix. Der künftige Nationalratspräsident wird nach sieben Jahren ganz sicher nicht mehr Wolfgang Sobotka heißen. Warum sich der streitbare ÖVP-Politiker zurückzieht und wer ihm folgen könnte, das haben sich Laura Franz und Jürgen Klatzer angesehen. Vergangenen Donnerstag im Parlament. Wolfgang Sobotka beratet sich auf die Nationalratssitzung vor. Der Tag im Hohen Haus beginnt mit einem untypischen Termin. Vor der Sommerpause hat sich der Parlamentschor eingefunden. Abgeordnete singen. Von Gospel bis zum Volkslied, am Ende stimmt auch der passionierte Musiker Sobotka mit ein. Singen ist etwas, was verbindet. Es sind die Dutzenden, die Hunderten, die Tausenden Chöre, die das ja persönlich wirklich berichten können. Und ich denke, dass es etwas Emotionelles ist, was den Menschen herausgeht und natürlich auch den Menschen verändert. Veränderungen stehen auch für Wolfgang Sobotka an. Nach sieben Jahren als Nationalratspräsident wird er das Parlament im Herbst verlassen. Nicht immer war die Stimmung so harmonisch, wie der Parlamentschor suggeriert. Ich bitte den Unterhaltungspegel etwas zu reduzieren. Das ist sehr laut herinnen, sodass den Fragen wirklich gefolgt werden kann. Wir befragen die Leiterin des Innenpolitik-Ressorts beim Falter und die Herausgeberin des Kurier. Die Resümes fallen sehr konträr aus. Was von ihm ganz sicher bleiben wird, ist die sehr teure, aber auch sehr gelungene Parlamentsrenovierung. Und er hat ein wirklich sehr glaubwürdiges, sehr gutes Engagement gegen den Antisemitismus. Er ist natürlich ein Polterer, aber er ist ein Vollprofi. Der Nationalratspräsident managt das Parlament. Er sollte auch als Schiedsrichter auftreten im politischen Prozess. Und da hat in den Worten meines geschätzten Kollegen Josef Redl Wolfgang Sobotka leider eben vor allem für seine Partei gepfiffen, anstatt das überparteiisch anzulegen. Für seine forsche Art bekannt, sorgt Sobotka immer wieder für Kontroversen. Die Opposition warf ihm etwa eine parteiische Vorsitzführung in den U-Ausschüssen vor. Gebetsstunden im Parlament und der mittlerweile wieder aussortierte vergoldete Flügel waren ebenso innenpolitische Aufreger. Die Beurteilung im Rückspiegel kann man vielleicht sicherlich das eine oder andere anders gestalten. Dort, wo ich einen Fehler gemacht habe, habe ich mich auch entschuldigt, wenn ich zu emotional war. Was würden Sie denn anders machen? Was wäre wenn, ist keine Fragestellung für einen Politiker. Ich muss im Moment entscheiden und ich würde nicht wissen, wie ich im Moment, wenn wieder eine Herausforderung kommt, entscheiden würde. Ich verlasse mich auf den Rechtsstaat, ich verlasse mich auf meine Berater, ich verlasse mich auf das, was ich immer gehalten habe, auf eine Klartlinigkeit und dass ich mich nicht verbiege. Ich bin eher der Mast, als wie die Fahne im Wind. So musste er ab 2016 die Fahne im Innenministerium hochhalten. Er übernahm sie von Johanna Mikl-Leitner, die Landeshauptfrau in Niederösterreich wurde. Das Amt, das eigentlich für Sobotka vorgesehen war. Er galt als Kronprinz von Erwin Pröll. Es blieb der Weg nach Wien. Nach der Nationalratswahl 2017 wurde er zum Parlamentspräsidenten gewählt. 2019 erfolgte die Wiederwahl. Seit sieben Jahren also bekleidet er das, laut Protokoll, zweithöchste Amt der Republik. Bei den Vertrauenswerten in der Bevölkerung markiert er das Schlusslicht. Als Parteipolitiker müsste sich Sobotka über schlechte Vertrauenswerte niemals Sorgen machen. Denn wenn man polarisiert, aber die Anhänger der eigenen Partei mobilisiert oder denkbare Wechselwählergruppen auch noch anspricht, dann kann es einem als Parteipolitiker relativ egal sein, ob der Rest einen ein bisschen nicht mag oder sogar abgrundtief ablehnt. Als Nationalratspräsident ist das ein bisschen anders zu sehen. Das ist letztlich sogar das zweithöchste Amt der Republik nach dem Bundespräsidenten. Und da hat man natürlich die Aufgabe, nicht nur das eigene Parteiklientel, sondern alle wahlberechtigten Österreicherinnen und Österreicher und eigentlich auch die ganze Wohnbevölkerung zu vertreten. Türkis, Rot, Blau, Grün. Ob modisches Accessoire oder politisches Statement, Die bunten Brillen sind ein Charakteristikum des scheidenden Nationalratspräsidenten. Welche Partei den künftigen Präsidenten oder die künftige Präsidentin stellen wird, entscheidet die Mehrheit des Nationalrats. Bisher war es immer die stimmenstärkste Partei. Die besten Chancen hat hier laut Umfragen aktuell die FPÖ. Doch muss man sich an diese langjährige Praxis halten? Wir haben in Österreich dieses etwas seltsame Kulturelement, wenn etwas zweimal, dreimal oder erst recht wie beim Amt des Nationalratspräsidenten vielmals gemacht wurde, dann gilt es wie ein eisernes Gesetz. Selbstverständlich ist es genauso möglich, weil in der Verfassung so vorgesehen und daher nichts Furchtbares, wenn in einer freien Wahl nicht der Usans gefolgt wird, dass der stärkste Partei automatisch den Nationalratspräsidenten stellt. Man muss das nur mit politischer Bildung auch ausreichend erklären. Die Galerie der ehemaligen Präsidenten. Barbara Prammer, Andreas Kohl, Heinz Fischer und viele mehr. Sie gehörten alle der jeweils stimmenstärksten Partei an. Abgegangen wurde davon bisher nicht. Vereinzelt gab es Ungereimtheiten beim dritten Präsidenten. So etwa konnte 1996 die FPÖ ihren Kandidaten Herbert Haupt nicht durchsetzen. Statt ihm wurde Wilhelm Brauneder dritter Nationalratspräsident. Sobotka sagt, dass man mit Usans noch brechen könne. Als Abgeordneter würde er jedenfalls nicht für Herbert Kickl stimmen, selbst wenn die FPÖ die Wahl gewinnt. Es ist eine geheime Wahl. Normalerweise verrät man nicht, was man in einer geheimen Wahl tut. In dem Falle tue ich es, weil ich persönlich sehr überzeugt bin, dass er kein Demokrat ist, der eine antiliberale Demokratie errichten möchte, der diesen Weg auch den anderen Ländern gehen will, zu mehr Autoritarismus. Das ist nicht mein Weg. Auch Sobotka wurde in seiner Zeit als Nationalratspräsident mit vielen Vorwürfen konfrontiert. Gerade als er die U-Ausschüsse leitete, hagelte es Anzeigen. Der Vorsitzende musste sogar selbst als Auskunftsperson den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Dadurch, dass er so ein Lauter war, hat man ihn auch eher am Kicker gehabt, also die Opposition. Wahrscheinlich war es nicht so glücklich, dass er den Ausschuss geführt hat, aber bei den Ermittlungen ist ihm weit nichts rausgekommen. Ermittelt wird gegen Sobotka laut WKStA noch in der Causa rund um die Erwin-Proll-Stiftung. Der Vorwurf, Amtsmissbrauch. Sobotka selbst weist die Anschuldigungen als haltlos zurück. Für die Faltersjournalistin bleiben auch auf der politischen Ebene noch einige Fragen offen. Zum Beispiel, was hat Wolfgang Sobotka tatsächlich mit dem jetzt flüchtigen ehemaligen Wirecard-Vorstand und mutmaßlichen russischen Spion Jan Marschaleck in Moskau beim DIN-E besprochen? Warum hat er sein Orchester in Weidhofen von der Novomatic sponsern lassen? Und was hat er nächtens mit dem mittlerweile verstorbenen Sektionschef im Justizministerium mit Christian Pilnacek besprochen? Das sind die Dinge, die alle notwendig wären aufzuklären, um auch dann wirklich ein Urteil bilden zu können. Sobotka wird nach der Wahl nicht ganz von der Bildfläche verschwinden. Er übernimmt die Leitung der ÖVP-Akademie und wird künftig wohl mehr Zeit für seine große Leidenschaft haben. Und wir machen jetzt einen großen Sprung Richtung Süden nach Südtirol, wo der Wunsch nach mehr Eigenständigkeit wieder für Diskussionen, aber auch für Verhandlungen zwischen Bozen und Rom sorgt. Ein Buch von mehreren Autoren sieht Südtirols Autonomie schwinden und stellt diese daher in Frage. Mit dem Titel Kann Südtirol Staat, sprich ein Freistaat sein? Miriam Ressi und Sabina Zwitter berichten. Der Brenner, Tor zum italienischen Staatsgebiet und früher heiß umfedeter Übergang zwischen Nord- und Südtirol, ist durch den EU-Beitritt heute kaum mehr als Grenze wahrnehmbar. Hoch über Südtirols Hauptstadt Bozen, auf Schloss Sigmundskron, ist die Geschichte der Autonomiewerdung in Szene gesetzt. Am 17. November 1957 fand an diesem Ort eine Großkundgebung statt, die unter dem Motto Los von Trient, dem Südtirol-Paket und somit der Südtiroler Autonomie, den Weg ebnete. Diese weltweit vorbildliche Autonomie wird nun in einem vielbeachteten Buch mit dem provokanten Titel Kann Südtirol Staat infrage gestellt und weitergedacht, erklärt einer der 16 Buchautoren der Südtiroler Anwalt, Marco Manfredini. Die weltweite Autonomie ist leider eben nur ein Schlagwort und nicht Wirklichkeit. Es gab, und das ist auch ein Befund, einen Rückbau, eine Beschneidung der Autonomie. Also sind wir in einem Fluss, in Bewegung. Südtirol hat jahrzehntelang viel Autonomie und gegen die Assimilierung gekämpft. Nur, was dann passiert ist, ist eben diese einseitige, durch den italienischen Staat einseitig vorgenommene Rücknahme weitgehender Autonomie-Kompetenzen. Die diverse Autorenschaft denkt im Buch alles, was für Südtirol relevant ist, neu. Von der Wirtschaft über Bildung bis zum Gesundheitswesen. Anstoß, das Buch zu schreiben, war die Aushöhlung der Südtiroler Autonomie. Auch wissenschaftliche Studien belegen, dass die staatliche Verfassungsreform von 2001 in zumindest 17 Autonomiebereiche Südtirols eingreift. Vieles in der autonomen, öffentlichen Verwaltung kann nicht mehr selbst entschieden werden. Der Politikwissenschaftler Günther Palawa analysiert. Die Verfassungsreform 2001 hat zu einer Neuordnung der Kompetenzen zwischen Staat und Regionen geführt. Und diese Aufteilung ist nicht immer ganz klar gewesen. Deshalb gibt es ständige Konflikte zwischen Zentrum und Peripherie. Das betrifft aber nicht nur Südtirol, sondern sämtliche Regionen Italiens. Und deshalb ist es auch immer wieder zu Konflikten gekommen. Der Südtiroler Landeshauptmann steht derzeit vor zwei aktuellen Herausforderungen. Einerseits sorgt die Regierungskoalition mit den deutschsprachigen und italienischen Rechtsaußenparteien für ein Imageproblem. Andererseits muss Arna Kompaccia nach zehn Jahren als Landeshauptmann mit diesen umstrittenen Regierungspartnern die Autonomiekompetenzen vom italienischen Staat zurück nach Südtirol holen. Überraschenderweise hat Meloni angeboten, die Autonomie wiederherstellen zu wollen, das zu überwinden. Und zwar auch im Hinblick auf die Standards, die zur Streitbeendungserklärung durch Österreich geführt haben. Und in Nachfolge haben wir dann Gespräche geführt, auch mit Bundeskanzler Nehammer gemeinsam in Rom, über einen Weg, wie wir das jetzt auch bewerkstelligen wollen, diese Autonomie zu reformieren und wiederherzustellen. Und wir sind seit einigen Monaten jetzt am konkreten Ausarbeiten dieser Autonomie-Reform. Vize-Landeshauptmann von Südtirol ist erstmals ein Politiker von Fratelli d'Italia, der Partei der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Meloni hat, wohl besorgt um ihr Image in der Europäischen Union, den Ausbau der Minderheitenrechte für die fünf autonomen Regionen Italiens in die aktuelle Regierungserklärung aufgenommen. Er leitert Melonis Mann in Südtirol. Die Regierung Giorgia Meloni arbeitet daran, die Autonomie noch stärker zu machen. Und wir haben im Hinblick auf Südtirol darum gebeten. Wir wissen zwar nicht, was genau daraus wird, aber es geht um die Verortung eines Dialogs zwischen Südtirol und der italienischen Regierung. In jedem Fall ist dieser Dialog sehr positiv. Wir alle in Südtirol sind für die Stärkung der Autonomie, die für alle Sprachgruppen von Nutzen ist. Autonomie-Regelungen sind in Rom umstritten. Die Abgeordneten im römischen Parlament begannen sich zu prügeln, als die Autonomien am 12. Juni auf der Tagesordnung standen. Der Süden will nicht, dass Steuergelder in die autonomen Regionen Italiens, wie Südtirol eine ist, fließen. Das erhöht natürlich den Druck auf die Südtiroler Politik. Unter Druck, insofern, als sie sich den Druck selbst gemacht haben, nämlich die Legitimation für diese Regierung in Bozen, ist auch damit oder vor allem damit begründet worden, dass man eben die Chance hat, hier eine ganze Reihe neuer Autonomie-Kompetenzen zu erhalten. Während der Erfolg der jetzigen Regierung daran gemessen werden wird, ob sie die Autonomie-Bestimmungen nach Südtirol zurückholt, haben die deutschsprachigen Rechtsaußenparteien andere Zukunftsvisionen. Ob derzeit in der Regierung oder in der Opposition, glaubt man an die Idee eines Freistaates Südtirol. Dass manche das Land wieder an den österreichischen Staat angliedern wollen, lege in der Natur Südtirols. Wir sind ja eine österreichische Minderheit im italienischen Staat, deswegen wäre natürlich unser primärer Wunsch die Wiedervereinigung mit Nordtirol im Staat der Österreich. Die Südtiroler Freiheitlichen waren ja jene Partei, die bereits vor 16 Jahren schon für sich intern beschlossen haben, dass wir den Weg des Freistaates einschlagen wollen. Wir haben damals mit verschiedenen Professoren eine Verfassung ausarbeiten lassen. Die Autoren des Buches »Kann Südtirol Staat?« wollen ihr Projekt von keiner Partei vereinnahmen lassen. Erfreut zeigte man sich jedoch über eine Einladung des ÖVP Südtirol-Sprechers. So konnte man das Buch im österreichischen Parlament vorstellen. Österreich hat sich immer darauf beschränkt, dass wir Südtirol beistehen, wenn uns Südtirol ruft und uns Südtirol braucht. Aktuell ist es so, dass sie in Rom das neue Autonomiepaket verhandeln und dabei, sage ich, wieder mehr Verantwortung nach Südtirol zurückholen wollen. Da werden wir uns intern nicht einmischen. Wir mischen uns in keine politischen Prozesse zwischen Südtirol oder zwischen Bozen und Rom ein. Jedoch, wenn es darum geht, die Autonomie zu verletzen oder wenn es darum geht, die Autonomie zu schwächen, dann können wir da und dort schützend das Wort erheben oder uns auch in politischen Prozesse und in politische Gespräche einbringen. Zurück in Südtirol. Im Unterland will ein Autor von Kann Südtirol Staat die Probleme und Zukunftsvisionen der Südtiroler Obst- und Weinbauern aufzeigen. Die Gesetzgebung müsse genau auf die Bedürfnisse des größten, zusammenhängenden Obstanbaugebietes Europas abgestimmt werden. Das wäre, meint der Obstbauer Harald Mayer, in Selbstbestimmung leichter durchführbar. Auch ethnische Bestimmungen für die 300.000 Menschen zählende Minderheit in einem 58-Millionen-Staat sollten besser selbst geregelt werden. Wir sind der Meinung, dass ein eigener Staat das Zusammenleben der Sprachgruppen nochmal auf eine andere und bessere Ebene heben würde. Dass es heute mit der Autonomie ist, wo es ja immer den Nationalstaat gibt, der uns dann auch sozusagen als Minderheit sieht und uns auch dementsprechend behandelt. Hier will man die Zukunft Südtirols nicht dem Zufall überlassen. Visionen und sachliche Diskussionen sollen das Land zwischen Speck und Fisch fit für anstehende Herausforderungen machen. Und damit biegen wir auch schon in die heutige Report-Zielgerade. Von uns allen hier, danke fürs Zusehen. Bis nächsten Dienstag. Kommen Sie gut durch die Woche. Untertitelung des ZDF, 2020